Puh! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Ich hab grad richtig gefehlt und hab grad zwei Parts aufgenommen und hab dabei gesucht, was man hier machen muss. Man muss einfach durch so'n Scheißloch schwimmen, den Schalter drücken und dann kriegt man die Blume da. Puh, Gott sei Dank hab ich das jetzt gemacht. Und ich hab die Part jetzt jetzt... Also ich lade dir in den Tor, weil da war irgendwie dumm. Ich bin da nur rumgerannt und hab da gesucht. Deswegen spielen wir ab hier weiter. Hui! Gott sei Dank, weil man muss nämlich auch da hinten in den Tor, aber da kommt man nur mit so'n Wolkenteil hin. Und ja, ich benutze jetzt einfach mal hier das komische, was weiß ich was Boot. Falls ich überhaupt ein Boot darstellen soll, so wie der Typ gesagt hat. Wow! Hier hab ich auch zuerst den Graff, wenn man das steuert. Und ich spackt extrem ab Mario, wenn man damit fährt. Ich weiß ja nur noch, ob das überhaupt so geht. Äh, ups. Kann man da so hoch? Ich hab eigentlich kein Bock. Oh, cool, der kommt echt so hoch, oder? Okay. Yay. Ich hab mich dann auch probiert, so einfach so da hoch zu springen, ohne alles. Und what the fuck? Ah. Puh, geschafft. Ja, ich hab grad echt so 20 Minuten oder so da dran rumgegammelt und geguckt, wie der funktioniert. Was hast du denn da sonderbares mitgemacht? Eine wolkige Blume? Warum ist die da? Cool. Hä, warum bin ich aber so müde? Ich will jetzt einen lieben. Bam. Äh, fail. Ja, ja, ja. Ey. Das hat mich verarscht. Oh, cool, ich bin grad über das Rosenteil da drüber gerannt. Aua. Wie oft hab ich mich da schon in die Fresse angeschlagen? Raum, bam. Okay, Raum, bam. Ist auch komisch. So, hierfür brauchen wir 40, also brauch ich noch ein, äh, zwei. Oh, kann ich gut zählen? So, ich hab jetzt vor, die kommigen... Dingssterne da zu machen, die Kometenscheiße da. Ah, da. Die Kometenscheiße. Äh. Bröselblockgalaxie. Äh, Brock. Wahoo. It's a me, Mario, Wahoo. Das sag ich gerne. Oh mein Gott, Kometenalarm. Ich glaub, das erste Mal, oder? Wat? Die Stamina der Kanina. Aha. Da hört sich irgendwie an die Hörsprache. Die Stamina der Kanina. Okay. Ganz viele scheiß Gräbse. Muss ich einfach nur töten, oder wie? Ich denk mal, dass ich das hinkrieg. Boah, das ist immer ein geiler Planet. Oh, auf Zeit. Oh mein Gott. Ah. Ich krieg Panik. Muss ich jetzt einen Speedrun machen. Achso, hier ist so ein Scheißteil, ne? Wieso sag ich eigentlich zu jedem zweiten Ding Scheißteil? Und? Ich wollte schon sagen, wie wir das denn sonst hinkriegen, ohne dat. Boah, machst Karambolage, ey. Die holen alle ab von mir. Boah, ich klopp die so weg, ne? Nein. Hab ich noch genug Zeit? Ich denk, oh, erst 18, wie schlecht. Ich hab gedacht, hier sind total viele. Oh, hier ist ja keiner mehr. Okay, der hat grad gelegt irgendwie, weil Mario sich zu schnell gedreht hat. Nein. Noch zu... Oh. Oh. What the fuck? Wie soll... Oh. Ich sollte das Leben am Anfang nicht holen. Okay. Hm. Ja, es sollte definitiv dein Leben am Anfang nicht holen. Dann geht da doch, glaube ich, hin. Achso, ich bin schon in dem Scheißteil drin. Ist schon wieder Scheißteil gesagt. Aber es ist ein Sternenring und ich hab grad gefailt. Oh, fail. Oh, fail. Oh, fail. Boah, wie viel ich hier fail, ne? Boah. Oh, okay, doch nicht. Das schwer... Desto schwerer... Hä? Desto mehr ich kaputt klappe, desto schwerer wird das ja, weil dann sind ja immer weniger da, logischerweise. Und... Wow. Ja, genau. Bisschen verarschen. Mann. Ist mein Gefühl verletzt. Bam. Und... Da kommt Leben raus. Da muss ich es haben. Oh, fail. Komm schon. Cool. Nein. Oh. Nein. Das kriegst du mal hin, oder? Noch ein. Nein. Scheiße, wie knapp. Oh, das war so knapp. So knapp. In der Wix verliere ich nicht wirklich Leben. Damn. So, und wenn ich diesmal nicht wieder von irgendeinem Teil getroffen werde... Äh... Dürfte dann auch funktionieren. Fail. Ich will da blau, oder? Oh, scheiße. Ich muss eigentlich alle wegkloppen. Auch die blauen, ne? Nein. Wow, wow, wow. Cool. Oh, wow. Einen einzigen getroffen. Da stehen schon wie viele in der Reihe. Und ich treffe nur einen. Wow. Massen. Tot. Und... Scheiße. Wow. Lass mich in Ruhe ab. Okay, jetzt habe ich wieder ein Leben gesammelt. Also wenn ich jetzt abschneffe, ist das wieder nicht schlimm. Nur damit, dass die Zeit voll kann, weg geht. Mann. Wie schwer ist denn das? Boah, das ist scheiße. Ich hasse das Level. Oh. Vielleicht sollte ich taktisch vorgehen. Ich kann bei so einem Level taktisch vorgehen. Wollen wir direkt die Fernbedienung wegkloppen? Äh. Okay. Schon gut viele weggebasht. Oh. Ja, das sieht schon relativ gut aus. Mit meiner neuen, coolen Taktik. Die Jungs, die gar keine Taktik ist, weil ich einfach nur wieder dumm rumrolle. Nein. Oh, da waren wie viele? Ich renne voll daneben. Oh. Okay, ich kann gerade nicht wirklich viel reden, weil ich mich voll konzentrieren muss. Warum ist hier keiner? Oh, what the fuck? Nein. Oh. 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 Wo war denn der letzte Spastik da hingegangen? Boah. Das ist scheiße, der Level. Oh. Wie gehe ich denn da am besten hin? Geh weg! Boah. Wie viele? 30. Das kommt mir gar nicht so viel vor, aber das sind so viele, ey. Aber wenn man nicht denkt... Oh mein Gott. Boah. Ich kann es auch nicht reden, ne? Stirb. Ich hab 25 schon noch, noch 25 Sekunden. Hör auf, hör auf dich zu drehen. Hör doch auf! Bist du behindert? Oh. Nein. Fail. Oh. Ich krieg noch Angst zu ständen. Komm schon. Noch einer. Geh jetzt da hin. Geh jetzt da hin. Hol den dir. Hol den dir. Mann! Oh. Ich kotze gleich alles voll. Was ist denn da für ein Level? Oh. Boah. Ich krieg schon wieder zu Ballungen. Oh. Mann. Oh. Jetzt seh ich nichts mehr. Warum ist hier manchmal einfach mein Bildschirm schwarz? Boah. Jetzt werde ich schon richtig gefällt. Ich brauch gar nicht mehr zu spielen. Ich kann schon direkt sterben gehen. Der hört doch einfach nicht auf, wenn ich aufhören will, dass der rollt. Hä? Wenn ich will, dass der aufhören soll. Dann muss ich mir ja eigentlich nur die Weefallwürdigung nochmal so schütteln. Dann hört der eigentlich auf. Aber bei mir hört der dann irgendwie nicht auf. Schon wieder. Hör doch auf. Oh Mario. Kann natürlich auch sein, dass ich gerade wieder mir irgendeinen Scheiß eingebildet habe. Oh. Voll in die Fresse. Oh. Das war eben so knapp, ne? Oh. Jetzt halt die Fresse, Timer. Ich töte dich. Oh. Der Timer soll ausgehen. Geh aus. Geh aus. Oh. Halt die Fresse, Timer. Boah. Oh. Stopp. Erstmal stopp, 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 stopp. Ey. Stopp. Oh. 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 Okay. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.